Da seid ihr ja wieder, liebe künftige Bilanzierungsexpertinnen und Bilanzierungsexperten. Es kommt mir fast so vor, als hätten wir in Bibis Geschäftsjahr ein paar Monate vorgespult. Aber keine Sorge, ihr habt nichts Aufregendes versäumt. In der letzten Zeit war der Himmel über dem Nice Cream wirklich rosa-rot. Die Kunden waren eishungriger denn je und Bibi hatte die Buchführung prima im Griff. Und das ganz ohne ihren Buchführungsfreund und Helfer Bill Hans, der ja zum Auslandssemester in Schweden verweilt. Wenn ich mir hier mal heimlich den aktuellen Zwischenstand von Bibis Bilanz und GUV anschaue, stelle ich erfreulicherweise fest, dass Bibi ihre Bestands- und Erfolgskonten fleißig gefüllt hat. Dabei hat sie Umsatzerlöse, planmäßige Abschreibungen auf ihr langfristiges Anlagevermögen und ganz besonders fleißig Zins- und Tilgungszahlungen des Bankkredits vorbildlich in den Büchern erfasst. Und ja, auch auf den Vorratskonten hat sie fröhlich umhergebucht. Und die Eisproduktion fand offensichtlich nicht nur in der Küche statt, sondern wurde auch exakt korrekt in der Bilanz und GUV abgebildet. Doch vor ein paar Tagen zogen graue Wolken über dem Nice-Cream auf. Lasst uns mal genauer hinschauen, was da denn schon wieder los ist. Oh nein! Nicht schon wieder ein Unglück! Das darf doch alles nicht wahr sein! Oh Mann! Vorgestern rutscht dieser Tobi patschig in meinem Laden aus, weil der Kühlschrank eine riesige Wasserpfütze bis raus in den Verkaufsraum verursacht hat und nun habe ich vermutlich auch noch meine Eismaschine zerstört. So ein Mist, wie konnte mir denn da nur der blöde Löffel reinfallen? Na toll! Der Quirl ist echt defekt. Na, wenigstens funktionieren die anderen noch. Ach, wenn wenigstens Bill hier wäre, dann wäre alles viel einfacher. Na nun, in der Stunde ihrer Verzweiflung sehnt Bibi niemand anderen als ihren Kommilitonen Bill Hans herbei? So, so. Interessant. Aber was ist das? Ich höre plötzlich ein altbekanntes Pfeifen. Ist das Wunschdenken? Oder, ja doch, es ist wahrhaftig Bill, der da gerade auf das Nice Cream zugerannt kommt. Ob es der Regen oder die Sehnsucht nach Bibi ist, was ihn so rennen lässt? Hey, hey, Bibi! Überraschung! Ich bin zurück! Bill! Wow! Oh Mann! Das ist dich schick! Der Himmel! Wie toll, dass du da bist! Ich habe dich so herbeigesehen! Das nenne ich ja mal eine erfreuliche Begrüßung. Ich habe dich auch die ganze Zeit vermisst, Bibi. Naja, okay, ich habe dich zugegebenermaßen nicht die ganze Zeit vermisst, aber jetzt gerade dafür umso mehr. Es ist einfach nicht mein Tag, also besser gesagt nicht meine Woche. Bibi unterdrückt ein Schluchzen, aber ein paar aufsteigende Tränen kann sie nicht aufhalten. Das scheint auch Bill zu sehen, denn er geht einen vorsichtigen Schritt auf Bibi zu und nimmt sie zögerlich in den Arm. Ach, beruhige dich, Bibi. Das bekommen wir schon hin. Was ist denn passiert? Ach Mann, so viel ist. Das Unglück begann vor zwei Tagen, als dieser Anwaltssohn Tobi Patschig hier auf einer Wasserpfütze ausgerutscht ist. Ich musste den Armen dann in meinem Fahrradanhänger ins Krankenhaus radeln, weil er sich dabei eine dicke Platzwunde am Kopf zugezogen und den Arm gebrochen hat. Hey, das klingt gar nicht gut. Aber was macht denn eine Wasserpfütze in deinem Laden? Ja, das hatte ich mich auch gefragt. Mein Kühlschrank ist kaputt und hat Wasser verloren und tut er, wie du siehst, immer noch. Zu allem Unglück kann ich meine Milch und Sahne, die ich dort gelagert hatte, jetzt auch noch wegwerfen. Es ist echt zum Heulen. Ach ja, und gerade habe ich es auch noch geschafft, meine Eismaschine, naja, zumindest teilweise zu zerstören. Ach, Bibi, das ist zwar ärgerlich, aber alles auch halb so schlimm. Was? Jetzt, wo ich wieder da bin. Ich helfe dir nun erst einmal, die verdorbene Milch zu entsorgen und das Wasser hier auf dem Boden aufzuwischen, bevor nochmal Kunden ausrutschen. Und dann werden wir auch in deinen Büchern hinsichtlich dieser Sachverhalte mal aufräumen. Denn zumindest kann ich dir als kleinen Trost sagen, dass sich hier einige äußerst spannende ökonomische Dinge ereignet haben. Also erstens spannend finde ich nicht das richtige Wort. Und zweitens dachte ich schon, der Tag könnte nicht mehr schlimmer werden. Tröstend finde ich die Bilanzierung nämlich gar nicht. Arme Bibi, sie sieht wirklich sehr niedergeschlagen aus. Aber dank Bills tatkräftiger Unterstützung sind nach einiger Zeit die verdorbenen Lebensmittel entsorgt, der Boden des Ladens wieder blitzeblank und die beiden sitzen ganz wie früher gemeinsam am Schreibtisch. So Bibi, und nun wollen wir diese spannenden, äh, ich meine natürlich unglücklichen Sachverhalte in deinen Büchern abbilden. Lass uns mal mit dem kaputten Kühlschrank starten. Letztlich war der ja die Ursache allen Übels. Ja, da hast du recht. Ich bin gerade noch etwas durch den Wind. Was genau soll ich da jetzt abbilden? Nun ja, erinnerst du dich noch daran, als wir über die planmäßige Abschreibung deines abnutzbaren Anlagevermögens gesprochen haben? Ja, wie könnte ich das vergessen? Die Abschreibung habe ich ja auch mühsam jeden Monat ganz alleine gebucht, als du dich im Ausland vergnügt hast. Ja, so viel Vergnügen war das jetzt auch nicht. Ich hatte dir damals gesagt, dass es neben der planmäßigen Abschreibung auch die sogenannte außerplanmäßige Abschreibung gibt. Die benötigen wir nämlich genau bei solchen unvorhersehbaren Ereignissen wie eben dem, dass dein Kühlschrank plötzlich einfach so kaputt geht. Ah, ich erinnere mich dunkel. Das ist ja echt schon lange her. Ja, so lange nun auch wieder nicht, aber ich erzähle dir noch ein bisschen mehr darüber. Ja, bitte, unbedingt. Außerplanmäßige Abschreibungen des Anlagevermögens bei unvorhersehbaren Ereignissen dürfen nur vorgenommen werden, wenn sie dauerhaft sind. Das kannst du in exakt Paragraf 253 Absatz 3 HGB nachlesen. Damit gilt für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens das sogenannte gemilderte Niederstwertprinzip. Äh, Nieder-was? Niederstwertprinzip. Das ist ebenfalls ein GOB, also ein Grundsatz ordnungsmäßiger Buchführung, der auch aus dem altbekannten Vorsichtsprinzip resultiert. Wir befinden uns hier im Bereich der Folgebewertung von Vermögensgegenständen. Wie der Name schon sagt, sorgt das Niederstwertprinzip des HGB dafür, dass dein Vermögen eher niedrig bewertet wird. Okay. Und woher weiß ich, wann es eher niedrig bewertet ist? Hab pfiffige Frage. Es geht natürlich nicht darum, dein Vermögen einfach nur sehr niedrig zu bewerten. Das würde dann ja auch kein reales Bild deiner Vermögenslage in deinen Büchern zeigen, sondern eben einfach niedriger. Man vergleicht hierfür zwei Wertansätze, nämlich den sogenannten Marktwert mit dem Wert zu fortgeführten Anschaffungskosten und wählt dann den niedrigeren von beiden. Ach ja, jetzt klingelt ganz leise was. Und es gibt einmal das Niederstwertprinzip und das Höchstwertprinzip. Stimmt's? Ding Dong, stimmt sehr gut. Für die beiden Seiten der Bilanz gibt es nämlich zwei gegensätzliche Bewertungsprinzipien. Während auf der Passivseite, also deine Schulden, vorsichtigerweise zum höchstmöglichen Wert erfasst werden, soll auf der Aktivseite, also dein Vermögen, eher vorsichtigerweise niedrig bewertet werden. Na toll. Also der Gesetzgeber will, dass es möglichst schlecht um das Nice Cream steht, oder? Viel Schulden, wenig Vermögen. Na danke. Ein ganz schöner Pessimist. Naja, ich hab dir ja schon einmal erklärt, dass das HGB eben besonders die Gläubiger, also die Fremdkapitalgeber schützen möchte und daher immer sicher gehen will, dass diese im Fall der Fälle noch ihr Geld von dir zurückbekommen. Ja, ja. Aber wir hatten ja bereits geklärt, dass das Nice Cream nicht pleite gehen wird, Bill. Aber nochmal zurück. Wieso spricht man vom gemilderten Niederstwertprinzip? Gibt es auch ein ungemildertes oder gar scharfes? Scharfes Niederstwertprinzip, das klingt auch nicht schlecht, aber man spricht hier von streng. Also das strenge Niederstwertprinzip betrifft das Umlaufvermögen, das gemilderte Niederstwertprinzip hingegen betrifft das Anlagevermögen. Aha. Und was ist jetzt der Unterschied? Ja, bei dieser Unterscheidung geht es um die Frage der Dauerhaftigkeit einer Wertminderung. Bibi runzelt die Stirn und sieht Fragen zu Bill. Ach, liebe Buchführungsfreunde, ein bisschen habe ich diesen Anblick ja schon vermisst. Ihr auch? Beim Umlaufvermögen ist man streng. Egal, ob die Wertminderung von dauerhafter Natur ist oder nicht, musst du bei gegebenem Anlass immer außerplanmäßig abschreiben. Ähm, aber Bill, hattest du nicht mal gesagt, man schreibt Umlaufvermögen nie? Ach, also bitte, Bibi, da hast du mir wohl mal wieder nur mit einem halben Ohr zugehört. Ich habe gesagt, Umlaufvermögen schreibt man nie planmäßig ab. Außerplanmäßig dürften, nein, müssen wir es gemäß Paragraf 253 Absatz 4 HGB abschreiben, wenn es nötig wird. Ist ja gut, merke ich mir jetzt. Meine verdorbene Milch und Sahne ist ja auch Umlaufvermögen. Also müssen wir das jetzt außerplanmäßig abschreiben, richtig? Korrekt, das müssen wir abschreiben. Dein Kühlschrank hingegen scheint kaputt, aber Achtung, aufgepasst, mitgedacht und mitgemacht, das ist Anlagevermögen. Daher müssen wir uns zunächst fragen, ob der Kühlschrank tatsächlich dauerhaft wertgemindert sein wird. Naja, aktuell ist er definitiv kaputt, aber ich habe noch Garantie drauf. Ich habe da bereits angerufen und die haben gesagt, es sei ein Fehler ihrerseits und nächste Woche wird ihn jemand kostenlos reparieren. Dann ist er so gut wie neu. Na gut, das überzeugt mich, dass dein Kühlschrank wohl nicht dauerhaft wertgemindert ist und wir ihn erstmal nicht außerplanmäßig abschreiben müssen. Theoretisch, liebe Bibi, kann man auch abschreiben und wenn die vorgenommene Wertminderung dann doch irgendwann nicht mehr zutreffend ist, im Zuge einer sogenannten Wertaufholung das Ganze wieder zuschreiben. Aber das führt jetzt ein bisschen zu weit. Nur mal so am Rande. Ah, okay. Aber lass uns hier jetzt nochmal buchungstechnisch weitermachen. Das heißt, ich buche jetzt keine außerplanmäßige Abschreibung für den Kühlschrank, da wir vermuten, dass sie nicht dauerhaft ist. Das gemilderte Niederstwertprinzip des Anlagevermögens ermöglicht es, dass ich erstmal nicht außerplanmäßig abschreibe, wenn ich mir noch nicht sicher bin, ob wir die Funktionsfähigkeit nicht doch wieder herstellen können. Richtig? Korrekt. Ganz im Gegensatz zum strengen Niederstwertprinzip des Umlaufvermögens. Deine saure Milch und Sahne, die riechen ja übrigens wirklich sehr streng, müssen wir unbedingt außerplanmäßig abschreiben. Die Buchungssystematik erfolgt analog zu der der planmäßigen Abschreibung. Verstehe. Und wie buche ich das? Abschreibungen kann man entweder direkt gegen das Vermögen oder indirekt gegen ein gesondertes passives Wertberichtigungskonto buchen. Bei der planmäßigen Abschreibung haben wir die direkte Methode genommen. Dann lass uns das bei den außerplanmäßigen Abschreibungen auch so machen. Ah, super. Dann ist das ja leicht. Jetzt muss ich ja nur noch wissen, in welcher Höhe ich abschreibe, oder? Exakt korrekt. In dem Fall ist das einfach. Die Milch und Sahne haben wir komplett entsorgen müssen. Wir haben also keinen verbleibenden Restwert, sondern schreiben deine kompletten Milch- und Sahnevorräte auf 0 Euro ab. Ach, wie ärgerlich. Dabei habe ich mit so viel Mühe und Liebe erst vorgestern die Lieferung von Milchbauern frisch aktiviert. Und zwar zu einem Wert von exakt 185 Euro auf dem Bestandskonto Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Na dann, eins, zwei oder drei, letzter Buchungssatz vorbei. Ich buche Aufwand für außerplanmäßige Abschreibungen 185 Euro an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 185 Euro. Klasse. So, und da ja bekanntermaßen alle guten Dinge drei sind, nun zur dritten Abschreibungsüberlegung, nämlich deiner leicht lädierten Eismaschine. Ach, herrje, das hatte ich schon verdrängt. Wir sind hier wieder im Anlagevermögen unterwegs und die Werteminderung wird wohl dauerhaft sein. Drei der vier Rührstäbe funktionieren schließlich noch, also werde ich die wohl erstmal nicht reparieren lassen und eine Garantie kann ich dafür auch nicht in Anspruch nehmen. Ich bin ja schließlich selber schuld, dass sie ein bisschen kaputt ist. Also, dann mal her mit der außerplanmäßigen Abschreibung. Aber wie hoch buche ich die? Eine gute Frage, Bibi, für die ich natürlich eine clevere Lösung habe. Da von den vier Quirlen der Eismaschine einer kaputt ist, die anderen drei aber noch funktionieren, würde ich sagen, gehen wir einfach mal ganz pfiffig davon aus, dass die Eismaschine nun noch drei Viertel ihres Wertes besitzt. Wir sie also um ein Viertel abschreiben. Hm, das ergibt Sinn. Also, ich habe die Eismaschine ja zu einem Netto-Wert von 15.000 Euro eingekauft, also muss ich sie jetzt um 15.000 durch 4 sind 3.750 Euro abschreiben, oder? Nein, Bibi, denk doch bitte mal mit. Die Eismaschine ist doch längst keine 15.000 Euro mehr wert. Vergiss nicht, dass du sie schon über ein halbes Jahr planmäßig jeden Monat abgeschrieben hast. Schau doch mal auf deine Zwischenbilanz oder auf deinen Abschreibungsplan. Da siehst du ja auch, dass die Eismaschine aktuell nur noch einen Wert von 14.062,50 Euro hat. Und davon wollen wir jetzt ein Viertel außerplanmäßig abschreiben. Ach so, logisch. Planmäßig abgenutzt hat sie sich ja unabhängig von dem kleinen Unfall vorhin. Na gut, dann buche ich jetzt aber einfach Aufwand für außerplanmäßige Abschreibungen an Eismaschine mit jeweils 3.515,63 Euro, richtig? Richtig, aber Achtung, aufgepasst, mitgedacht und mitgemacht. Liebe Bibi, was müssen wir jetzt noch künftig beachten? Na, ich muss darauf achten, dass mir die verbleibende Quirle nicht auch noch kaputt gehen. Oh nein, Bibi, das meine ich nicht. Wirf doch mal einen Blick auf deinen Abschreibungsplan. Fällt dir da vielleicht was auf? Oh, mein Abschreibungsplan bezieht sich noch auf den Wert der Eismaschine, bevor ich sie zum Viertel zerstört habe. Das sollte ich vermutlich auch noch anpassen, oder? Ja, 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 solltest du. Sonst wäre die Summe aus planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibung ja letztlich größer als deine erstmalig aktivierten Anschaffungskosten. Das geht nun wirklich nicht. Ja, stimmt. Lass uns diese neuen künftigen planmäßigen Abschreibungen mal eben ausrechnen und deinen Abschreibungsplan entsprechend anpassen, damit du das bei der nächsten planmäßigen Abschreibungsbuchung nicht vergisst. Okay, geht ja eigentlich ganz schnell. Ja. Ich habe jetzt ein Restbuchwert der Eismaschine von 10.546,88 Euro und den verteile ich nun neu auf die verbleibende Restnutzungsdauer von 7,5 Jahren. Die gewöhnliche Nutzungsdauer waren acht Jahre und von denen ist der bereits ein halbes Jahr vergangen. Ja. Also. Timm das mal ein. Macht jetzt einen neuen monatlichen Abschreibungsbetrag von 117,19 Euro. Ja, das stimmt sogar. Wir werden das jetzt aber nicht buchen. Die planmäßigen Abschreibungen nimmst du ja erst wieder zum Monatsende vor. Ja, das bekomme ich dann ganz easy hin. Aber gut zu wissen, dass ich bei einer außerplanmäßigen Abschreibung dann auch die künftigen planmäßigen Abschreibungen wertmäßig anpassen muss. Da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Daher denke ich ja immer für dich mit. Und ich mache direkt mit dem Denken weiter, kommen wir jetzt zu Tobi Patschigs Unfall. Das schreit mir nicht nur nach Schmerzen, sondern vielmehr auch nach einer Klage von seinem Vater und somit nach der Notwendigkeit der Bildung einer Rückstellung. Oh wei, da hast du leider recht. Der Vater hat mir schon einen unfreundlichen Brief geschrieben, in dem er ankündigt, das Nice Scream auf 500 Euro Schadensersatz zu verklagen. Dachte ich es mir doch. Und so ganz im Unrecht ist er damit ja auch nicht. Tobi Patschig ist letztlich aus einer Unachtsamkeit deinerseits ausgerutscht und hat sich verletzt. Wie das dann ausgehen wird, wird das Gericht entscheiden. Aber für uns und deine Bücher ist bereits jetzt wichtig, dass wir über eine mögliche künftige Auszahlung nachdenken, die dieser Unfall mit sich bringt. Diesen Aufwand müssen wir in Form einer Rückstellung hier und jetzt berücksichtigen. Aber wieso denn hier und jetzt? Gerade muss ich doch nichts zahlen. Oh je, an das Thema Rückstellungen erinnerst du dich wohl aus der Vorlesung nicht mehr so ganz, oder? Bibi schaut ganz traurig und zuckt nur mit den Schultern. Aber die Anwesenheit von Bill scheint ihr gut zu tun, denn immerhin bekommt sie wieder ein bisschen Farbe im Gesicht. Also Rückstellungen sind doch irgendwie sowas wie Verbindlichkeiten und doch keine. Oh, Bibi. Naja, ich sehe, wie erschüttert du von dem Unfall bist. Daher frische ich das Thema Rückstellungen kurz für dich auf, um ein wenig Sonne für uns beide zu zaubern. Sag mir doch nochmal, wo Schulden in der Bilanz stehen. Na, auf der Passivseite natürlich. Genau, Schulden stehen auf der Passivseite und können grundsätzlich anhand des Grades ihrer sicher bzw. Unsicherheit unterteilt werden. Hä? Also jetzt verunsicherst du mich aber. Was denn für eine Unsicherheit? Nun ja, sichere Schulden sind Verbindlichkeiten, wie beispielsweise Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung oder deinem Bankkredit eben als Verbindlichkeit gegenüber deiner Bank. Die stehen also ganz sicher dem Grunde und der Höhe nach fest. Ja, ich bin leider auch ziemlich sicher, dass ich diese Schulden habe. Wenn Schulden jedoch in Grund und oder Höhe nicht sicher sind, handelt es sich hingegen um eine Rückstellung. Ah ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Bei Rückstellungen weiß ich also entweder nicht, wie hoch meine Auszahlungen sein werden oder ob ich überhaupt tatsächlich mal etwas zahlen muss. Exakt korrekt. Erfüllt ein Sachverhalt bestimmte Voraussetzungen, so muss eine Rückstellung gebucht werden. Ich mache dir hierzu nochmal eine Liste und wir prüfen, ob bei Tobi Patschigs Unfall alle Voraussetzungen für die Bildung einer Rückstellung vorliegen, ja? Okay, leg los. Also, erstens muss eine sogenannte Außenverpflichtung, also eine Verpflichtung des Nice Creams gegenüber fremden Dritten vorliegen. Also wenn mich Tobis Vater tatsächlich wegen des Unfalls verklagt, wäre ich verpflichtet, Schmerzensgeld an Tobi Patschig zu zahlen. Also ist das in jedem Fall eine Verpflichtung gegenüber Dritten. Ist also erfüllt. Gut. Zweitens muss diese Verpflichtung zum Stichtag ungewiss hinsichtlich dem Grunde oder der Höhe sein. Naja, ob ich den vermeintlichen Prozess tatsächlich gewinne oder verliere, ist noch ungewiss. Und wie hoch das Schmerzensgeld dann gegebenenfalls ist, wissen wir auch noch nicht. Also ist das auch erfüllt, oder? Korrekt. Drittens muss die Ursache für die Verpflichtung im laufenden Geschäftsjahr passiert sein. Denn das Thema Rückstellungen ist gerade in Bezug auf die Periodenabgrenzung super wichtig. Wir müssen den Aufwand nämlich stets in dem Jahr erfassen, in dem er verursacht wurde. Na, wenn das so ist, dann klares Ja. Der Unfall hat sich vorgestern ereignet und ist die Ursache, weshalb ich wahrscheinlich Prozesskosten und Schadensersatzzahlungen leisten muss. Wahrscheinlich ist ein gutes Stichwort. Denn viertens muss es wahrscheinlich sein, dass diese Verpflichtung tatsächlich auftreten wird und du somit die gebildete Rückstellung in Anspruch nehmen wirst. Naja, der Vater hat die Klage bereits angekündigt. Schätze also, es ist schon recht wahrscheinlich, dass da ein Prozess kommen wird. Und wahrscheinlich wird er den dann auch gewinnen, weil es ja meine Schuld war, dass Tobi sich verletzt hat. Da hast du leider auch absolut recht. Der fünfte Punkt ist für dich nicht relevant, das erkläre ich dir später einmal. Na gut, da vertraue ich dir voll und ganz. Sehr gut. Ja, oder eben nicht gut. Aber damit sind alle Voraussetzungen zur Bildung einer Rückstellung erfüllt und wir können bzw. müssen sie nun aufwandswirksam ansetzen. Aber dem liegen ganz schön viele Vermutungen zugrunde. Wieso kann ich das nicht einfach als Verbindlichkeit erfassen, sobald wir wissen, wie der Prozess tatsächlich ausgegangen ist und ob bzw. wie viel ich wirklich zahlen muss? Dann könnte ich mir das Ganze herumgerate und die Mutmaßungen sparen. Da hast du zwar recht. Rückstellungen unterliegen tatsächlich einem gewissen Ermessens- und Schätzspielraum von uns Bilanzierern. Aber, ja, wir müssen das tun. Denn zum einen wollen wir die Aufwendungen in der richtigen ursächlichen Periode haben und zum anderen sind wir ja, wie du weißt, besonders vorsichtig. Ach, immer diese Vorsicht. Wo steht das denn überhaupt genau im Gesetz? Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze für Schulden sind in § 252 Absatz 1 Nummer 4 HGB kodifiziert. Hier ist das sogenannte Imparitätsprinzip ein wichtiges Stichwort. Imparitätsprinzip? Nie gehört. Ach, Bibi, mit Sicherheit hatten wir auch das in der Vorlesung. Das Imparitätsprinzip folgt wieder dem altbekannten Vorsichtsprinzip und legt fest, dass mögliche Verluste bereits dann erfasst werden müssen, wenn sie zwar noch nicht eingetreten sind, aber vermutlich eintreten werden. Hä? Aber Imparität bedeutet doch einfach nur Ungleichheit auf Latein. Clever, abgeleitet. Und das heißt auch aus gutem Grund so, denn Ungleich ist hier in der Tat, wie man nicht realisierte Verluste im Gegensatz zu nicht realisierten Gewinnen behandelt. Das Imparitätsprinzip verlangt nämlich, dass nicht realisierte Verluste ausgewiesen werden müssen, während nicht realisierte Gewinne, Stichwort Realisationsprinzip, nicht ausgewiesen werden dürfen. Schon ein wenig unfair. Viele Verluste, wenig Gewinne. Aber gut, dann sind wir halt vorsichtig. Und was bedeutet das jetzt buchungstechnisch für uns? Nun ja, Fairness hin oder her, der Gesetzgeber hat das so bestimmt. Dann müssen wir dem folgen. Und das bedeutet, es besteht die Pflicht zum aufwandswirksamen Ansatz von Rückstellungen. Das heißt also, um vorsichtig zu sein, müssen diese künftigen Auszahlungen, die ich an Tobi Patschig wahrscheinlich leisten muss, heute bereits als Aufwand erfasst werden, auch wenn noch keine konkrete Zahlungsverpflichtung vorliegt. Ja genau. Sehr gut, Bibi. Na dann mal her mit dem Aufwand. Bringen wir es hinter uns. Gleich, Bibi. Du solltest noch wissen, dass Rückstellungen in § 249 HGB geregelt sind. Die Klage und damit verbundenen Prozesskosten stellen eine sogenannte Rückstellung aus ungewissen Verbindlichkeiten dar. Überlege dir doch gleich mal hübsche Namen für die jeweiligen Konten und den passenden Buchungssatz. Wie wäre es mit Aufwand für Prozesskostenrückstellung an Prozesskostenrückstellung? Das klingt prima. Jetzt müssen wir nur noch schätzen, in welcher Höhe wir die Rückstellung buchen. Das ist gar nicht immer so einfach. Die Rückstellungshöhe in einer Punktlandung exakt zu erfassen, ist in so einem Fall kaum machbar. Aber wir können sie nach bestem Wissen und Gewissen schätzen. Naja, ich schätze mal, das wird recht teuer. Ja, also ein bisschen konkreter muss es schon sein, Bibi. Die Bewertung von Rückstellungen hat mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag zu erfolgen. Oh wei, das klingt ja übel. Also schau mal hier. Tobis Vater hat in seinem unfreundlichen Brief hier da bereits angekündigt, dass ich mich auf ein Schmerzensgeld von 500 Euro gefasst machen soll und dass er den Gerichtsprozess äußerst zeitnah anstoßen will. Dann sind die 500 Euro vermutlich der notwendige Erfüllungsbetrag aus diesem ganzen Unglücksszenario, oder? Ja, da Tobis Vater Anwalt ist und diese Einschätzung vermutlich auf Basis vergleichbarer Gerichtsurteile vorgenommen hat, stellen wir uns besser mal auf die 500 Euro Schmerzensgeld ein. Sollte der Betrag zu hoch sein, werden wir den Rest der Rückstellung entsprechend ertragswirksam auflösen, wenn es soweit ist. Das ist kein Problem. Okay, dann buche ich Aufwand für Prozesskostenrückstellung 500 Euro an Prozesskostenrückstellung 500 Euro. Sehr gut. Und was passiert dann eigentlich, wenn der Prozess beendet ist und tatsächlich Zahlungen fällig werden? Muss ich dann nochmal Aufwand buchen? Nein, eben nicht. Das ist ja eben genau der Sinn und Zweck einer Rückstellung. Wir buchen jetzt schon einmal die Rückstellung, damit wir sie aufwandswirksam in der richtigen Periode erfassen, nämlich in der Periode, in der die Ursache der künftigen Auszahlung entstanden ist. Okay, verstehe. Und wenn der Prozess entschieden ist? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir verlieren und müssen zahlen. Dann buchst du eine sogenannte Inanspruchnahme der Rückstellung erfolgsneutral. Du buchst also nur innerhalb der Bilanz Rückstellung an Bank. Die GUV wird nicht mehr berührt. Den Aufwand haben wir ja jetzt schon eingebucht, deshalb erfolgsneutral. Und wenn wir gewinnen? Wenn wir überraschenderweise gewinnen oder du weniger als erwartet zahlen musst, dann löst du diese Rückstellung komplett oder teilweise auf. Das machst du dann ertragswirksam, weil du die Rückstellung zunächst ja auch aufwandswirksam eingebucht hast. Also gilt auch hier die Faustregel, was aufwandswirksam reingegangen ist, geht ertragswirksam wieder raus. Aber das führt jetzt etwas zu weit, Bibi. Ja, das finde ich aber auch. Also sind wir fertig für heute, oder? Bibi und Bill wollen gerade aufstehen. Da fällt Bills Blick auf das geöffnete Debitoren-Nebenbuch auf dem Schreibtisch. Ach Bibi, sag bloß, das Hotel Schleum Marriott hat seine Rechnung in Höhe von 160 Euro von vor über vier Monaten immer noch nicht gezahlt. Leider nicht. Ich hatte sie einmal angemahnt, aber es kam einfach nichts. Und jetzt habe ich gehört, dass das Hotel wohl pleite ist. Ich habe sogar gelesen, dass kein Insolvenzverfahren eröffnet wird. Irgendwas mit fehlender Insolvenzmasse oder so. Ja, Bibi, da klingeln bei mir ja alle Alarmglocken. Dann haben wir hier nun auch noch den Fall einer sogenannten Wertberichtigung deiner Forderung. Dein Ernst? Oh, ich dachte, wir wären hier endlich fertig. Leider mein voller Ernst. Das machen wir aber ganz fix. Versprochen. Erzähle mir doch nochmal kurz, was eine Forderung aus Lieferung und Leistung überhaupt ist. Naja, eine Forderung ist ein Zahlungsanspruch gegenüber meinen Kunden, der daraus resultiert, dass ich meinen Kunden Eis verkauft habe, das die noch nicht bezahlt haben. Exakt korrekt. Eine Forderung entsteht also, wenn du deine Leistung an einen Kunden erbracht hast, diese Leistung aber nicht sofort bezahlt wird. Forderungen buchst du dir also meist als Gegenbuchung der Umsatzerlöse ein. Ja, das weiß ich doch schon alles. Gut, was du aber vermutlich noch nicht weißt, ist, dass man Forderungen auch hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit einschätzen muss. Denn am Ende des Tages bringt es dir nichts, einen Zahlungsanspruch in deinen Büchern stehen zu haben, den dir dein Kunde niemals begleichen wird. Ja, schon. Aber meine Kunden sind alle nett. Die werden das schon bezahlt. Naja, nett mag ja sein. Aber wenn dein Kunde insolvent ist, so wie das Hotel, und einfach kein Geld mehr hat, dann wird er seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen können. Und genau aus diesem und anderen Gründen ist es höchst essentiell, Forderungen spätestens am Ende des Geschäftsjahres oder eben bei konkretem Anlass, wie jetzt gerade hier bei uns, hinsichtlich der Bonität der Schuldner bzw. der Ausfallwahrscheinlichkeit der Forderungen zu beurteilen. Na toll. Und wie soll das gehen? Eins nach dem anderen. Für die Bewertung von Forderungen ist der Grad ihrer Eindringlichkeit von entscheidender Bedeutung. Also wie wahrscheinlich ist es, dass dein Kunde tatsächlich zahlt? Hierbei werden Forderungen prinzipiell in drei Stufen eingeteilt. Einwandfrei, zweifelhaft und uneinbringlich. Ach ja, ich erinnere mich dunkel aus der Vorlesung. Einwandfreie Forderungen sind die, die sehr wahrscheinlich beglichen werden. Zweifelhafte Forderungen werden wahrscheinlich nicht beglichen, aber eventuell vielleicht doch, man zweifelt halt. Und bei uneinbringlichen Forderungen bekomme ich ganz sicher mein Geld niemals. Stimmt's? Korrekt. Und zur Berücksichtigung des Ausfallrisikos von Forderungen werden von uns Bilanzierern zwei Arten von Bewertungen durchgeführt. Erinnerst du dich noch aus der Vorlesung, welche das waren, Bibi? Meinst du zufällig Pauschalwertberichtigung und Einzelwertberichtigung? Also, in der Tat. Das überrascht mich jetzt etwas. Diese Pauschalwertberichtigung buchen wir aber zum Ende des Jahres. Das machen wir jetzt nicht. Okay, umso besser. Aber was ist denn jetzt mit meiner Forderung gegenüber dem insolventen Hotel Schlemarriot? Hier sind wir exakt beim Thema Einzelwertberichtigungen. Wir berichtigen eben den einzelnen Wert einer Forderung, wenn es eben ein spezielles Ausfallrisiko gibt. Wir schauen uns dann also jede Forderung einzeln an. Oh wei, Bibi sieht nicht glücklich aus. Das Thema Wertberichtigung von Forderungen scheint ihr so überhaupt keinen Spaß zu machen. Zur Bilanzklarheit werden diese Forderungen meist auf einem gesonderten Konto zweifelhafte Forderungen ausgewiesen bzw. dorthin umgebucht. Das wäre dann aber ein reiner Aktivtausch, oder? Also für meinen sehr sicheren Forderungsausfall des Schlemarriots buche ich direkt mal zweifelhafte Forderungen 160 Euro an Forderungen aus Lieferung und Leistung 160 Euro, ja? Korrekt. Das ist aber wie gesagt erstmal nur eine Umbuchung auf ein anderes aktives Bestandskonto, damit man auf einen Blick sieht, wie viele deiner Forderungen zweifelhaft bzw. uneinbringlich sind. Damit hast du die Forderung noch nicht wertberichtigt. Ja, schon klar. Das muss ich dann vermutlich aufwandswirksam über die GOV machen, sowie außerplanmäßige Abschreibungen, oder? Sehr gut, liebe Bibi. Im Prinzip ist eine Einzelwertberichtigung von Forderungen nichts anderes als eine außerplanmäßige Abschreibung. Na, dann ist die Buchung ja kinderleicht. Ich buche das Aufwandskonto Abschreibungen auf zweifelhafte Forderungen 160 Euro an. Zweifelhafte Forderungen 160 Euro. Vom Prinzip her ja, aber Achtung, wir müssen noch kurz über die Umsatzsteuerkorrektur nachdenken, denn wenn die Forderung uneinbringlich ist, dann muss die Umsatzsteuer korrigiert werden. Oh, jetzt auch noch Steuern zahlen? Das hat mir an einem Tag wie diesem Grad noch gefehlt. Ach Bibi, das ist sogar gut für dich, denn du korrigierst die Umsatzsteuer natürlich zu deinen Gunsten. Wieso solltest du auch Umsatzsteuer für etwas abführen, was dein Kunde letztlich gar nicht bezahlt? Hm, ach, wenn das so ist, dann her mit den Steuern. Ja, das ist so. Wir korrigieren also bei der Abschreibung der Forderung auch deine Umsatzsteuer, die du dir ja beim Ansatz der Forderung damals als Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt eingebucht hast. Ja, ja, die Umsatzsteuer habe ich damals mit ganz besonders viel Mühe eingebucht. Und da diese Forderung uneinbringlich ist, schreiben wir die Forderung komplett ab. Man kann nämlich theoretisch auch nur einen Teil der Forderung wertberichtigen, wenn man davon ausgeht, zumindest noch ein bisschen Geld von diesem Kunden zu bekommen. Aber das ist hier ja leider nicht der Fall. Okay, also in meinen 160 Euro Forderungen stecken 10,47 Euro Umsatzsteuer. Demnach buche ich Abschreibungen auf zweifelhafte Forderungen 149,53 Euro und Umsatzsteuer 10,47 Euro an zweifelhafte Forderungen 160 Euro. Richtig? Exakt korrekt. Das wäre erledigt. Bibi, nun können wir endlich zu den erfreulichen Nachrichten an diesem stürmischen Tag kommen. Und was sollen das für erfreuliche Nachrichten sein? Zum einen haben wir die Buchführungsarbeit für heute wirklich mehr als erfolgreich gemeistert und ich würde mich über eine oder besser drei Kugeln köstliches Erdbeereis freuen. Und zum anderen stehen schon eine ganze Menge Kunden vor deiner Tür, wenn das nicht höchst erfreulich ist. Ach du Schreck, du hast ja recht. Ich muss dringend den Laden öffnen. Wir sehen uns dann die Tage, ja? Okay, spätestens in der Uni dann. Tschüss. Und noch ehe Bill etwas sagen kann, geschweige denn sein Eis bekommt, schiebt Bibi ihn aus der Ladentüre. Die dicken Regenwolken von heute Morgen haben sich verzogen und es scheint doch noch ein herrlich sonniger Tag zu werden. Bibi strahlt fast ein wenig mit der Sonne um die Wette, als sie sich hinter die Verkaufstheke stellt und die ersten Kunden bedient. Ob das am Kundenansturm oder bildsüberraschender Rückkehr liegt? Darüber kann ich nur spekulieren. Aber wie dem auch sei, liebe Buchführungsfreunde, es sieht ganz so aus, als würde Bibi wohl heute keine Zeit haben, nochmal einen Blick auf den aktuellen Zwischenstand ihres Bilanz- und GUV-Werks zu werfen. Daher übernehme ich das mal eben für Sie. Mensch, da hat Bibi ja echt bereits eine Menge Buchungen vorgenommen und die Bilanz und GUV ordentlich befüllt. Ich bin gespannt, wie das in einem halben Jahr zum Bilanzstichtag aussieht. Ich kann es kaum erwarten und würde am liebsten direkt dahin vorspulen. Geht es euch ähnlich? Ich bin gespannt, wie die Bilanzierung. Ich bin gespannt, wie die Bilanzierung. Vielen Dank.